ARD Text im Auftrag von Funk Martial Arts ist für mich ein Mix aus allen Kampfsportarten. Aber in erster Linie ist es für mich eine Philosophie. Ich stelle dir deine Coaches vor und dann geht es los zum Training. Ihr wisst, das Ganze heißt Kick Your Own Ass. Das heißt, ihr dürft schon fordern. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, acht. Man könnte fast sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber. Morgen wird entspannt. Ja? Ladies and Gentlemen, in the blue corner, we got Aristo, the Destroyer. In the red corner, we have Tobi, the punchy, Little Punch. Gib ihm mal das Gefühl, dass er auch was kann, Aristo. Du wirst jetzt die Sequenz einmal sehen und dir die Sequenz so gut wie möglich einprägen. Alles im Kopf? Nein. Jack, Cross, Hook und Bam! Komm schon! Diese Motivation, diese Energie, rein zu bleiben, nicht aufzugeben, die kann ich dann auch auf andere Sachen produzieren. Ich bin mal auf주세요. Ich bin halt zu它的 Durchstage. Flying, dancing, stepping, kicking Woah, baby, time has come Time has come, now let's go down Woah, baby, time has come Time has come, now let's go down Yeah, 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 yeah Wrapped Wrapped